. Styler gleich, Order, 0, bei Arif gleich, HTTPS, www.promi-flashtete-maliz-dance. Let's dance here fliegen nicht nur auf der Tanzfläche die Funken, auch hinter den Kulissen wird ordentlich gedottelt. Im Halbfinale des beliebten RTL-Formats kämpfen die verbliebenen Pumis heute Abend um den Einzug in den Endkampf. Arif gleich, HTTPS, www.promi-flashtete-maliz-dance. Erich Klana, 31, zeigte in seinen Performances mit Arif gleich, HTTPS, www.promi-flashtete-maliz-dance. Jodith Williams sah, 45, bereits jede Menge Feuer. Doch hinter der Kamera genoss der 31-Jährige auch die Aufmerksamkeit seiner schönen Frau Arif gleich, HTTPS, www.promi-flashtete-maliz-dance. Erich Klana, 30, die beiden konnten einfach nicht die Blicke voneinander lassen. B. Styler gleich, Order, 3, sie sind auch nach Jahren so richtig verliebt. Wie Ibromi-flashtete aus dem Publikum der Show ersparen konnte, ließen die Turteltauben ihren Gefühlen freien Lauf. Immer wieder warfen die Ehepartner sich Luftküsse zu, suchten den intensiven Augenkontakt und schmachteten sich an, da lag die pure Liebe in der Luft. B. Spanoanistan, die bereits vor einigen Wochen wegen der Verletzung ihres Partners Arif gleich, HTTPS, www.promi-flashtete-maliz-dance. B. Bela Klenzer, 29, die Sendung verlassen musste, durfte heute Abend das Opening tanzen, und bekam von ihrem Schatz zuvor noch einen kleinen Klaps auf dem Po und einen zärtlichen Kuss. Styler gleich, Order, 6. Neben seiner frischer Blondeten Angebetäten hatte Spanerik Span heute Abend aber besonders ein Familienmitglied im Kopf. Nach seinem zweiten Tanz erklärte der Barträker rührend, er wolle für Arif gleich, HTTPS, www.promi-flashtete-maliz-dance. Support-Orna mit Sonema Miki bei Let's Dance HTML seinen Sonikia ins Finale kommen. B. Er hat gesagt, Papa, du warst jetzt zu lange weg, jetzt kannst du auf die letzten Meter gehen. Und dafür werde ich alles tun. B.